ja da bin ich wieder mit super maru 64 meine ansagen sind echt die besten mit ja maru pennt schon vor langer weile war schon darauf gewartet hat und ich hoffe mal dass heute keine obs probleme sind und so wie gestern vorgestern ich habe mal die ältere version installiert und dementsprechend hoffe ich dass das besser klappt so dass das stream nicht richtig funktioniert hat eben das mal weil es mir nicht so lange gedauert irgendwas ist es immer ja was falscher knopf mal wieder genau da fällt der münnstern münnstern irgendwas anderes kannst du halt nicht gucken das hat mir das hat mir ach ja ne da sind wir reingesprungen das hatten wir schon oder nicht oder doch oder nicht aber wie verfehlt da und der münnstern hübs vielleicht knocke wieder die steuerung naja was heißt knocke bescheuert was war da hat der asche auf der brücke genau wo ich nicht reinkam wo ich zu blöd war weil ich dann keinen bock mehr hatte ok schon ein bisschen üben weil ich das schon besser wieder hinkrieg vielleicht außer wenn ich wieder so weit bin kriegst das wieder nicht auf die kette hallo ja oder sowas so halt die einfachsten sachen dann haben wir da ja naja was ist das da gerad zu aber den hau ich mir jetzt nicht NEIN wow hzt encontet er hier nicht beim letzten mal besser springen oder bin ich gerade nur so verballert und ja auf der brücke das ist der ständer ich dachte eben dass ich da wieder runter das muss ja normalerweise so klappen nein es springt halt nicht rechtzeitig das ist das klappt das eh nicht dieses problem mit dem schwimmen wenn die perspektive völlig banane wieder ist wieder auf in mir ständig hinterher rennt warte auf die hier bin ich komm her vergiss es ich hab gesagt vergiss es und schon bin ich wieder unten alles klar eigentlich wollte ich mit seiner hilfe darüber kommen besser aber warum sollte ich auch ich werde fast in der punkte laufen eben äh okay hier geht das eh nicht das ding hat mich doch gar nicht getroffen hey manchmal denke ich mir auch okay läuft bei dir diese kamera schmitte zu doof ich brauch wieder ein bisschen leben da geht doch manchmal bin ich einfach zu doof hallo na wieso man denn da will schön reinkommen von hier aus geht eh nicht das war wieder doof gedrückt woher geht das überhaupt ich probier grad laufen laufen ne es funktioniert halt nicht auf dieser ganz kurzen strecke die Frage ist ob ich da reinkomme wenn ich den affenkäfig nutze komm her komm her warte mal achso hm 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 man landet auch wieder ganz unten oder fast ganz unten woher geht Wir müssen es ja versuchen. Hey. Wow. Fäll ich jetzt? Ja. Hm. Äh. Zack. Auf an der Wand lang zu rubbeln. Nur weil du drauf stehst, Maru. Musst du das trotzdem nicht machen? Autsch. Frage ist halt, ob das wirklich funktioniert. Oder nicht. Das ist halt die Frage. Geht weg. Geht weg. Die, 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 die. Klar ist wirklich fisch leer. Hm. Hm. Voll so durchgeglitscht. Geguckt eben. Okay. Okay. Warum habe ich das nicht gleich so versucht? Ja, weil kein Schimmer, warum ich das nicht gleich so versucht habe. Äh, falsch. Geht schon wieder. Hm. Okay. Jetzt fehlt nur noch der Münchstern. Aber. Ich geh erstmal in die andere Level rein. Ja. Nee, da hatte ich schon. Das war hier. Ja. Ja. So. Pflücke die Schnapp-Piraneer. Hm, 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 hm. Wahrscheinlich eher nicht. Ja. Ja. Ach ja. Und hier schumpfe ich jetzt ab. Ja. 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 Ich weiß wie. Jetzt bin ich hier unten. Toll. Ja. Und komm hier nirgends wo mehr hoch. Ja klar. Ich bin hier im Wasser. Kann meine Kamera nicht ändern. Oh Mann. Den hier, ne? Hör auf. Du wirst mich nicht fressen wollen. Du, 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 du. Hey. Ich weiß gar nicht ob der das überhaupt ist. Komm. Geh weg. Hm, hm. Hm, hm. Hallo. Lumba. Helium. Duh, die, du, 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 du. Du, 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 du du, du. Ääää ja. Ne, passierte nix. Hm. ist ein nerviger Lakito? Ja. So, ein nerviger Lakito. Boing! Nein. Nein, wollte ich nicht. Ach komm. Das Spiel gönnt mir gar nichts, hey. Überhaupt nichts. Nicht mehr irgendwas richtig hinkriegen. Okay, hier ist die Kanone. Hey. Danke. Gut, dass ich das noch wusste. Hallo. Pumba, Pumba. So. Na, guck mal einen an. Ja, ja. Mich auch. Nein. Du hast wieder runtergefallen. Ja, ja, ja. Ach komm. Okay. Hallo. Hör auf. Okay. Ah, 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 ah. Ich hoffe, wie sich das hier generell dann ändert. Hier ist auch nichts drauf, ne? Eben war hier noch was drauf, ist nicht mehr. Hör auf. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, du, du... Wissen Durchgang? Puh. Die sind Terricksdinger, ne? Wie die einen mal umrennen. Miss Viecher. Sind ja viel Kummer sei. Hallo? Come on! Ist das dein Ernst jetzt gewesen? Gott. Geh weg. Ja. Rutsch doch überall runter. Tschüss. Das war ein bisschen mies gerade. Das ist Nummer 3. Oh. Bis dann. Vielleicht ist das andere und der untere Durchgang. Hallo? Ist das dein Ernst? Warum kommst du dann nicht hoch? Ach, komm Aon. Ist klar. Du mich auch. Ach. Der ist das nicht. Doch, das ist Nummer 4. Okay. Gut. Gut. So. Und? Ach komm. Nerven. Und ich fall immer überall runter. Naja. Das hatte ich. Hier war keiner. Ja. Ich spring auch immer überall rein. Ist egal. Ich spring einfach überall rein. T, 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 t. Naja. Was ist hier drüben? Was soll hier sein? Hä? Was soll hier denn sein? Nur dass ich hier nicht mehr auch wegkomme oder wie? Läuft. Wow. Nur diese eine blöde Münze drauf oder was? Und tschüss. Toll. Hat sich das gelungen gerade. Komm. Ach so. Also muss man gerade aussehen. Gülli Waggon. Ach so, jetzt habe ich noch diese kleinere Größe. Ah. Stink. Dann ist das nämlich nix. Ey, du Vieh. Ich war noch nicht mal oben. Ach, Vieh, ey. Hallo? Ist das dein Ernst? Geh weg. Ähm. Hallo? Ich komm da schon irgendwo hoch? Zuck. Ach, oder auch nicht. Ich musste das. Schumpfen. Boah. Ahöööö. NM. Ähm. NM. Come on, du missfiel. Tschüss. Küsse mich nicht, küsse mich nicht, küsse mich nicht. So. So, springt er jetzt wieder ins Wasser rein. Wo bist du? Da bist du und küsse mich gleich, das ist ja nicht schön. Krieg ich den so nicht? Ich hab keine Ahnung mehr, wie man das macht. Okay. In den Griff der Riesen-Kombas. So. Ey. Ist aber, komm. Boink. Ach, komm. Weiß nicht. Boink. Okay, da komm ich so weit so nicht hoch. Komm her. Ups. Na, komm her. Du wirst hoch hergehalten. Hier bin ich. Hecht gehabt. Hm. Tee-tee. Tee-tee. Hallo? Hör auf. Bleib doch mal so. Bleib doch mal so, wie du sollst. Ach, du Drecksdingel. Ich hasse dich. Hör auf. Ja, meine Normalre muss man ihn greifen. Hups. Okay, dann muss ich doch hier lang. Okay, ich hoffe. Oh, wie ist die eigentlich da? Autsch. Nein. Wie ist das? Ich mache das andere mal wieder erstmal. Aber nicht so. Nein. Hoch, 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 hoch. Mann, ey. Ich bin tief gesprungen und bin viel zu spät aktiviert. Hallo. Was ist? Yo. Alles klar? Kleine Drecksdinger, ey. Ich hasse sie. Nein. Ich habe fast runtergesprungen. Nur weil die mir so auf den Keks gehen. Du, 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 du. Wie groß werde ich da? Aber, was soll? Okay. Du, 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 du. Ich glaube, eins war halt auch hier oben, ne? Ja. Drück mal mit deinen Fettfingern auf beide Knöpfe gleichzeitig. Alles klar? Oh, Mann. Räuft wie immer bei mir. Okay, das war das. Dann hatten wir hier noch. Nein, 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 nein. Nein. Ich versuchte es auch immer wieder, mich alle zu kriegen, ey. Drei. Ich mach jetzt mal das. Das Level ist ja noch nerviger gerade, ey. Mach doch einen Acht-Schuss. Okay. Jetzt ist er da drüben. Alles klar. Yep. Natürlich trifft der Arsch mich noch. Hm. Genau. Bis. Komm doch her. Komm, komm. Alles klar. Jetzt geht das hier ständig auf mich los und dann sowas. Okay. Und viel zu viel Zeit verspindet schon wieder. Hör dir die fünf Itty-Bitty-Rätsel. Die Itty-Bitty-Rätsel. Alles klar. Warte mal. Ich fahre mich da eigentlich rein. Ja. Okay. Let's go. Hallö. Na ja. Auf Nase. Ich muss jetzt das mal da oben. Mal wieder. Ich kann durch Wände gucken. Moment. Ja. Ach, komm. Na ja. Nimm ich dich hier. Ich bin wieder rüber. Genau. Genau. Fahr weiter. Genau. Das kannst du gegen die Wand fahren. Danke. Ich wollte hier nur rüber. Kann ich da durch? Ne. Okay. Aber. Hallo. Riesenkumpa. Zuck. Och nö. Nicht du Würfel, Fritze, wieder. Tschüss. Wenn sie sich... ...schlagartig die Kamerabewegung ändert, ne? Also die Perspektive. Ist zum... ...quatzen. Ach guck mal, hier ist auch noch ein Stern. Okay. Ich wollte eigentlich da oben rein, aber... ...was soll's. Mach das so. Begib dich zur Spitze der Insel. Wir machen einfach andere Sterne. ...aber... ...aber... ...die Besten haben wir die machen, die... ...schneller gehen. ...mh, das war sogar noch mal zwei. Let's go. ...eine... ...jetzt... ...pitzig... ...kleine... ...spenne. So, ja, ja, komm ich hier auch. Autsch, Penner, dann komm her. Dann nicht, dann mach ich dich jetzt mal wieder platt und kuse hier hoch. Hallo? Ach komm. Autsch, toll. Das hasse ich, ne? Da dran. Dass du halt immer weiter rutschst und auf den Bauch rutschst. Oh, jetzt bin ich wieder hier. Ja. 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 Und zu niedrig. Ach, come on. Kannst mich mal. Hallo? Oh Gott. Oh Gott. War hier nicht irgendwas noch? Ne, ne? Ne. Was ist denn das Ding schon wieder? Da hin? Ja. 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 Das ist klar. Der hängt da hinten in der Ecke und die Flammen kommen direkt auf mich zu. Ja. 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 Ich bin wieder zu niedrig. Leck mich. Hier bin ich. Komm her. Boing. Das hat nicht geklappt. Ich hab's auch geglaubt. Ich hab's auch geglaubt. Was ist das Fischon wieder? Hm. Dann weit kann Bock einmal rumzuholen. Wo lande ich? Ach komm, ehrlich hier? Wo ist der hier? Auch schon Pils. Obwohl das ist ganz gut hier. Krabbel, krabbel, krabbel. Weil ich krabbel echt lieber. Nein, du sollst krabbeln. Weil ich wie ich mich kenne, lauf ich da wieder runter. Also wie immer. Willst du mich grad verarschen? Ich bin lang gekrabbelt. Und natürlich. Tschüss. Ich darf nicht meine falsche Bewegung machen, oder wie? Oder was? Ja, mich auch. Hm. 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 Das ist. Okay. Dann nochmal. Trotzdem vorsichtig. Ich freu mich auch, wieso ich da grad runtergefallen bin. Hm hm. Zack. Ich werde nur wieder in den Häfen sehen. Das mit dem Münzen sammeln will auch wieder Spaß. Aber hier gibt's gar keine roten Münzen, oder? Oder waren die hier drin? Die waren hier drin. Die waren hier drin. Ja, ich weiß, dass wir da oben rumhängen. Diese komische Riesenraube. Zack. Das können wir gleich machen. Zack. Okay. Nein. Was sollte das denn? Wie soll ich denn sonst da rüberkommen? Und wenn wir daher los eng Hahaha nach hinten bringen, tecnología. Klasse nachmittar. jetzt glaube ich,